Und recht herzlich willkommen heißen zum 21. internationalen Berliner Bierfestival 2017 ganz unter dem Motto Biere aus Nordrhein-Westfalen. Die Freunde des Bieres werden alle strahlen über das Superbierland Nordrhein-Westfalen. Euer Gambrinus, bitteschön. Vielen Dank an unseren Gambrinus. Der Veranstalter, die Prisenta GmbH und der ideelle Träger Private Brauereien Deutschland e.V. begrüßen im längsten Biergarten der Welt 344 Brauereien aus 87 Ländern mit 2400 Bierspezialitäten. Jedes Bier einmalig. Nur hier. Ja, da kann ich nur sagen, ein herzliches Willkommen. Dann gebe ich jetzt den Auftrag, den Hammer zu schwingen. Hau drauf! Hau drauf, ja! Nein! Ah! Willkommen! Es ist... Super. Zum Wohlsein. Zum Wohlsein! Zum Wohlsein! Zum Wohlsein! Okay. Und so erkläre ich mit dem traditionellen Bieranstich der Festivalbiere das 21. internationale Bierfestival für eröffnet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, feiern Sie, probieren Sie und kommen Sie immer bitte gut nach Hause. Alles Liebe für die nächsten drei Tage! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.